Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Raimakers Spiele-Sammlung. Hier sind sie, meine Lieblingsgadget-Bluepränt. Alle meine Inventionen, meine Kontraptionen, meine Machiavelien-Machines. Das ist, in Wahrheit, die Misanthrope-Scheme. Build Gadgets von Bluepränts, halt die Holiday-Theme. Welche Gadget sollte ich zuerst bauen? Der Grinch-Copter? Mit diesem kann ich über die Despicable Hoos fliehen. Vielleicht der Octopus-Klimm-Device, um die Wände zu erhöhen. Nein, nein, nein. Der Rocket-Spring, um zu performen Magnificent-Jumpen. Oder besser gesagt, eine meiner Lieblings-Machinesen-Machinesen. Der Rotten-Egg-Launcher, um zu zacken meine Enemien. Oder der Slime-Gun, um zu zacken. Eine, meine Zettel-Machinesen. Meine Marien-Machinesen. Nein, nein, nein. Ich weiß. Ja, dieses. Nein, nein, nein. Meine Pläne. Meine Päßchen Zettel. Ich werde niemals aufbauen können, meine Gäste! Aber will dieses Debakel make the Grinch stop and quit? Natürlich nicht. Er grönts und plänts. Ich werde mit dem. Du wißt du, was es ist. Nichts wird uns verletzieren dieses Jahr. Ich werde meine Pläne riechen, ein Stück für ein Stück. Und ich versuche, zu ruinieren die Party für alle! Alle! Wir müssen überall über Who-Land roben! Also, wir beginnen mit der schlimmste Sache. Whoville! Ich habe mehr als eine kraftvolle Weise, um zu verletzieren zu diesen Werken. Okay, Max, wir sind bereit. Wir sind auf Whoville. Wir beginnen! Darn! Ich habe vergessen, meine Schläge. Es sollte eine spare in einer dieser Boxen sein. Die Grinch lief zu brechen, mit seinem Robust-Behindern. Er wird Flatten und Smoosch, um zu kommen aus einem Bind. Das Power ist eine, die er komplett kontrolliert. Er wird Pan-Cache alles, um alles zu erreichen. und alles zu erreichen. Er wird es nicht mehr als Erwin. Er wird es nicht mehr als Erwin. Er wird es nicht mehr als Erwin. The strength of the Grinch is a legend in Whoville. There's nothing he can't move with Grinch muscle and will. Hey, Max, listen to me, boy. There's another spare key in the next room. Go get it! Max the Brown Dog is the mean one's right-hand mate. He obeys Grinchy orders, does not question his fate. This pup boldly ventures where the green one cannot. He approaches whose strangers explores a small spot. Go, Max! Thanks, you bad boy. To access the next room, please identify yourself with the breath analyzer. An anti-who tool for which no blueprints exist is the smelly Grinch breath which cannot be missed. It appears in the shape of a rancid green cloud and can be used any time it's always allowed. This fog reveals things the naked eye can't see. Also, its rank odor weakens the enemy. Press the action button to cause Grinchy effects. This guarantees he will be a pain in who next. At the heart of the heartless one's cave is his pride, a master computer with Grinchy smarts inside. After I collect the plans that have blown away, I'll feed them to my processor and there they'll stay. The Grinch has invented a vast vacuum system through its miles of tubes he can get to the who's who he feels have so dissed him. As we begin, just the path to Whoville is clear, but as the scheme falls in place, more roots will appear. It's way down in Whoville that all Who-folk reside. They're hugging and kissing the mean Grinch can't abide. Kind-heartedness and joy fill their Who-topia. Honor and love fill the Who cornucopia. The Grinch must steer clear of their touch of affection, avoiding all contact will be sheer perfection. But as he evades all their touching and feeling, the Grinch also plays pranks such as Christmas gift stealing. Who grown-ups and children alike fear the Grinch, but they hope that through hugs he may change just an inch. The mean one must test different ways to evade all the Who hugs and friendly advances they've made. Who are you, Big Daddy? Who are you, Big Daddy? Who are you, Big Daddy? The mission book outlines the Grinch's to-do list. Using this, the mean one knows there's nothing that he's missed. One important task is breaking holiday gifts. Just thinking of this deed, the Grinch spirit lifts. The Grinch just discovered a small rotten egg. Take it, O mean one, whether you steal or beg. This vile, fragile item's your most useful tool. You plop it in Grinch gadgets to give them more fuel. The Grinch is one for one for his own. Das war's für heute. 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 Ow! Das war's für heute. Das war's für heute. I can't wait that long. I must find a way to change the time of that clock. I can't wait that long. 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 I can't wait. I can't wait that long. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.